Florian Silbereisen und Beatrice Egli, zwei strahlende Stars der Schlagermusik, sind bei den Fans nicht nur wegen ihres musikalischen Talents, sondern auch wegen ihrer besonderen Beziehung beliebt. Doch wie in jeder Beziehung steht auch ihre Liebe vor Herausforderungen und Tragödien. Kürzlich verabschiedete sich Beatrice Egli und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie über Florian Silbereisen sprach. In diesem Artikel werden wir die Biografien der beiden Stars, ihre Liebesreise, die Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden, und den Grund untersuchen, warum Beatrice sich entschied, sich zu trennen. Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1008 in Lachen, Schweiz, geboren. Berühmt wurde sie, als sie 2013 den Wettbewerb Deutschland sucht den Superstar, gewann. Mit ihrer kraftvollen, emotionalen Stimme und ihrem einnehmenden Auftrittsstil hat sich Beatrice schnell zu einer der führenden Sängerinnen der Schlagermusik entwickelt. Ihre Alben hatten immer großen Erfolg und sie hat im Laufe ihrer Musikkarriere viele prestigeträchtige Auszeichnungen gewonnen. Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Passau, Deutschland, geboren. Er begann seine Musikkarriere schon in sehr jungen Jahren und entwickelte sich schnell zu einem der prominenten Stars der Schlagermusik. Florian ist nicht nur ein talentierter Sänger, sondern auch ein beliebter Fernsehmoderator. Er ist berühmt für seine großen Musik- und Unterhaltungsprogramme, die Millionen von Zuschauern anziehen. Seine attraktiven Gastgeberfähigkeiten und seine Herzlichkeit haben dazu beigetragen, dass Florian Zuspruch beim Publikum gewonnen hat. Die Beziehung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen begann, als sie an Musikprojekten und Fernsehsos teilnahmen. Ihre Zusammenarbeit wird vom Publikum immer begeistert aufgenommen, nicht nur wegen ihrer beiden Talente, sondern auch wegen ihrer Chemie und ihrer engen Zuneigung zueinander. Sie treten oft gemeinsam auf Veranstaltungen auf, teilen glückliche Momente und zeigen in sozialen Netzwerken gegenseitige Unterstützung. Obwohl es viele Spekulationen über ihre Beziehung gab, haben Beatrice und Florian immer behauptet, dass sie nur gute Freunde sind. Obwohl sie immer behaupten, nur Freunde zu sein, ist die Beziehung zwischen Beatrice und Florian immer ein heiß diskutiertes Thema. Von liebevollen Blicken auf der Bühne bis hin zu vertraulichen Gesprächen in Interviews, ihre Gefühle füreinander sind mehr als nur Freundschaft. Fans hoffen immer auf eine schöne Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Stars. Doch wie jede andere Beziehung ist auch die Liebe zwischen Beatrice und Florian nicht ohne Herausforderungen. Eine der Hauptursachen für Stress ist der Arbeitsdruck. Beide haben eine erfolgreiche Karriere und einen vollen Arbeitsplan. Der Arbeitsdruck und die ständige Medienaufmerksamkeit könnten zu Spannungen in ihrer Beziehung geführt haben. Eine weitere Ursache könnten Unterschiede in der Perspektive und im Lebensstil sein. Trotz ihrer engen Gefühle können sie angesichts wichtiger Entscheidungen und persönlicher Konflikte Schwierigkeiten haben, eine gemeinsame Basis zu finden. Diese Unterschiede könnten dazu geführt haben, dass sie sich allmählich auseinander entwickelten und es schwierig machten, die Beziehung wie zuvor fortzusetzen. Diese Herausforderungen führten letztlich dazu, dass Beatrice Egli sich entschied, sich von Florian zu trennen. In einem emotionalen Interview konnte Beatrice ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie über Florian sprach. Sie verriet, dass die Trennung eine der schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens gewesen sei. Sie weinte vor vielen Menschen nicht nur wegen ihrer verlorenen Liebe, sondern auch wegen der Anteilnahme und tiefen Freundschaft, die sie einst verbannten. Florian Silbereisen konnte in einem emotionalen Interview seine Tränen nicht zurückhalten, als er über Beatrice Egli sprach. Er verriet, dass sich ihre Beziehung in einer schwierigen Phase befinde und Gefahr laufe, auseinanderzubrechen. Florians Tränen berührten viele Fans und beunruhigten sie. Die Tränen von Florian Silbereisen lösten starke Emotionen in den Herzen der Fans aus. Er ist immer für sein starkes und selbstbewusstes Auftreten bekannt, doch in diesem Moment konnte er seine Gefühle nicht verbergen. Beatrice Egli, die den Wettbewerb Deutschland sucht den Superstar, gewann und zu einem der strahlenden Stars der Schlagermusik wurde, hatte eine enge Beziehung und Respekt zu Florian. Sie spürte zutiefst den Schmerz, den Florian durchmachte, und konnte ihre Gefühle nicht verbergen, als sie mit ansehen musste, wie ihr Freund einen so großen Verlust erleiden musste. Die Veranstaltung fand im Rahmen eines leife Auftritts statt, bei dem Beatrice Egli und Florian Silbereisen gemeinsam auftraten. Als Beatrice anfing, über Florians Trauer zu sprechen, war sie tief bewegt, und Tränen traten ihr in die Augen. Das Publikum, das diesen Moment miterlebte, konnte nicht umhin, von den aufrichtigen Gefühlen und dem tiefen Mitgefühl, das Beatrice für Florian empfand, berührt zu sein. Es war ein unvergesslicher Moment, nicht nur für die Zuschauer der Show, sondern auch für die Millionen Fans, die zuschauten. Florian Silbereisen behält trotz vieler Schwierigkeiten und Trauer stets seinen Optimismus und leistet weiterhin seinen Beitrag zur Kunst. Er ist nicht nur ein talentierter Sänger, sondern auch ein hervorragender Moderator, der dem Publikum stets Freude und Lachen bringt. Seine Belastbarkeit und Entschlossenheit sind für viele Menschen eine große Inspiration, insbesondere in schwierigen Zeiten. Das öffentliche Weinen von Beatrice Egli, als sie Florians Trauer erwähnte, ist ein klarer Beweis für die schöne Freundschaft und gegenseitige Unterstützung unter Künstlern. Es zeigt, dass Menschlichkeit und Empathie unabhängig von den Umständen immer das Wichtigste sind. Künstler wie Florian und Beatrice verbinden sich nicht nur durch Musik mit dem Publikum, sondern auch durch Geschichten, ehrliche Gefühle und das Teilen des Lebens. Durch Trauer und Schwierigkeiten haben Florian Silbereisen und Beatrice Egli bewiesen, dass Freundschaft und Mitgefühl ihnen helfen können, jede Herausforderung zu meistern.